Hallo meine Lieben, der liebe Panda Bebop ist heute so kommunikativ, da möchte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mal ein bisschen auf ihn einzugehen. Schreibt er hier, wer hier ist nicht immer rein, dass meinung und schaut trotzdem zu. Das ist so eine stehende Redewendung von den Obvious Trollen. Ich habe ja früher mal einen Trollkanal gemacht. Es gibt so eine ganze Reihe von Zuschauern noch von früher, die finden es irgendwie lustig, auf irgendwelche Themen dumme Kommentare abzugeben. Aber wisst ihr, ich gehe ja auch nicht auf eine Beerdigung von irgendjemandem und mache Witze. Und im Moment fühlt es sich so an, als wäre ich Gast oder Zaungast der Beerdigung von Deutschland. Und ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendwelchen Humor, auf irgendwelchen Schwachsinn, auf irgendwelches Ja, aber Reiner. Hau doch einfach ab damit. Guck meine Videos oder lass es halt bleiben. Sütz mich nicht voll mit dem Schurbel der Leitmedien. Keine Witze. Und Panda Beepop. Ich lasse es gerade nochmal so durchgehen, dass du dich schlapplachst. Aber eigentlich finde ich auch diesen Kommentar unpassend. Finde ich gut, dass du weitere Hörbücher aufzeichnest. Bitte gerne, kein Problem. Ja, wenn man Höcke die Rechte hinzieht, dann wird es immer einfacher. Ja gut, dass man irgendwelchen Menschen die Rechte hinzieht und irgendwelche Menschen cancelt. Und dagegen ist ja grundsätzlich nicht einzuwenden. Aber das wird ja heutzutage, das ist ja nur noch ein Schnappatmen, ein Hyperventilieren, ein heiliger Zaun und alles muss weggekanzelt werden. Guck mal, ich habe heute gelesen, es gibt so eine Initiative, die nennt sich eigentlich Strike Germany. Und da gibt es irgendwelche Leute, die fordern, weil Deutschland hat so eine komische Regel eingeführt, davon wusste ich gar nichts und du bestimmt auch nicht. Wenn du irgendwie, auch nur ein einziges Mal in deinem Leben, irgendwie gegen Israel protestiert hast oder irgendwas gegen Israel gesagt hast, dann sollen staatlich geförderte Stiftungen in Deutschland dich nicht mehr einladen. Die sollen dich komplett cancel. Und jetzt gibt es so eine Initiative, die fordert irgendwelche Künstler dazu auf, boykottiert Deutschland. Boykottiert die ganzen deutschen Stiftungen. Die Deutschen sind einfach zu dumm. Kunst ist frei. Kunst hat nicht selbst in so zu unterliegen. Wenn die Deutschen das so wollen, in Wahrheit profitiert doch Deutschland ganz massiv davon, dass es international vernetzt ist, dass deutsche Künstler eingeladen werden. So nach dem Motto, geht ihr nicht mehr zu irgendwelchen deutschen Kunstveranstaltungen, macht keine Ausstellungen mehr in Deutschland, besucht nicht die Dokumente und ladet auch keine deutschen Künstler mehr zu euch ein. Versteht ihr? Boykottiert die, boykottiere. Weil der Deutsche es einfach übertreibt. Dieser Kretschmann in Baden-Württemberg, der war früher mal Mao-Fan Popitian. Aber deswegen canceln wir ihn doch nicht darin, dass er jetzt Ministerpräsident von Baden-Württemberg sein kann. Was ist denn das denn Bullshit? Ja, und ich finde das ehrlich gesagt ganz gut. Also, wenn die deutschen Leitmedien meinen, dass sie jeden canceln können, der irgendwie mal einen Mieb macht und irgendwas gesagt hat, jemals in seinem Leben irgendeine Position bezogen hat, die dem deutschen Fouilleton nicht gefällt. Der deutsche Fouilleton soll sich ins Knie fickten. Deutschland denkt, es ist so wichtig, dass alle auf der Welt unbedingt sich von den Deutschen irgendwelche Regeln oktroyieren lassen wollen. In meinem Mikrokosmos mache ich die Regeln. Und ich bin geneigt, jeden komplett über die Klinge springen zu lassen. Ein dummer Spruch, schau, Alter. Genau so, wie der Zeitgeist gerade ist. Wir müssen nicht reden. Wir müssen keine Freunde sein. Wir müssen uns nicht austauschen. Wir müssen nicht diskutieren. Ich habe ja in der Sendung gesagt, es hört ja eh keiner keinem mehr zu. Ich habe auch keine Lust mehr, irgendwelchen NATO-Verstehern und irgendwelchen Leitmedienfans und sonstigen Arschkriechern der Obrigkeit, ich höre ihnen nicht mehr zu. Und wer ihm das nicht passt und wer meint, dass er mich irgendwie verspotten muss oder irgendwelche dummen Kommentare bringen muss, der wird einfach gecancelt. Und es wird so sein, als hätte er nie existiert. Was mich nervt, ist, dass alte Feinde jetzt Freunde sind. Das weiß ich nicht. Disney kämpft gegen Rassismus. Blackrock gegen Klimawandel und, und, und. Und ja, ja, keine Ahnung, würde ich mir aber auch gar keine Gedanken drüber machen. Ganz ehrlich, auch das ist so eine Sache. Ich will mir über die Motive dieser, dieser Institutionen, sowas wie Disney zum Beispiel, ich gucke einfach keine Disney-Filme mehr, deswegen muss ich mir auch keine Gedanken mehr darüber machen, was Disney tut und warum Disney es tut. Und wenn sie Höcke canceln wollen, sollen sie doch Höcke canceln, aber ich bin mir sehr sicher, das Protestpotenzial, das normalerweise an Höckes Arschbacke klebt, das wird dann irgendwo anders kleben. Dann gründen die alte Nutzung, dann eine neue Partei geben. Als ob das heute schwer wäre, wo die Wähler sind. Da ist doch die nächste Protestpartei nicht fern. Dann gründet halt jemand eine Partei, die nicht rechts ist. Und wenn sie die dann auch verbieten, dann können sie auch gleich die Demokratie abschaffen und ich kann den Rest meines Lebens darüber lassen, denn ne, 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 ne. Deutschland ist eine Diktatur. Versteht ihr, sollen doch diese Dullis machen, sollen sich doch ins Knie ficken. Feierabend, ist mir scheißegal. Und Blackrock und vor allem der Klimawandel gehen mir auch peripheramarsch vorbei. Diese ganzen Klimaschwurble, schurbelt mich nicht voll ihr Posten. Punkt.